ja hallo meine lieben hier haben wir wieder mal eine drei zimmer wohnung in stadtteil machmuttlar wir haben 120 quadratmeter wir haben zwei balkone die wohnung wird mit allen drum und dran verkauft für 135.000 wie immer vor ort können wir über den preis reden und hier haben wir die küche ein teppich in der küche ist no go meiner meinung nach aber warum soll ich meine meinung aufzwingen er die küche ist eigentlich in ordnung der preis ist mit geräten und auch dieser tisch hier ist neu einige sachen sind nagelneu hier haben wir blick auf die seitenstraße hier noch mal das wohnzimmer und wir haben auch ein pool natürlich hier das kinderzimmer und hier das gästeklo wir haben ein gästeklo und ein bad mit klo also wir haben zwei toiletten aber nur ein bad und das bad ist eigentlich okay zeigt sich gleich mal jeder eingangsbereich jeder gangbereich und hier haben wir das hauptbad ja kann man renovieren wenn man möchte ja 135.000 vor ort müssen wir dann schauen was man da machen können und preis wie gesagt mit allen drum und dran allerdings muss ich dazu darauf hinweisen dass nicht alle sachen nagelneu sind die klimaanlagen sind zum beispiel nicht nagelneu sind aber dabei im preis ok mein lieben also wer interesse hat meldet sich dass wir dieses gebäude knapp 18 jahre alt und nahe zum strand auch nicht mal zehn minuten und 135.000 wer lust hat meldet sich am besten wie immer hierher fliegen zwei wochen urlaub machen in mein café vorbeischauen sich vorher natürlich melden dann schauen wir uns ein paar objekte an wenn es nur ein paar objekte sind und ich niemanden abholen muss ist dann natürlich unverbindlich und dann treffen uns im café quatschen ein bisschen lernen uns kennen und dann zeige ich euch ein paar schöne objekte vielleicht mache ich euch auch glücklich ok so viel von mir liebe grüße bis zum nächsten video